550 neue Wohneinheiten, eine Gesamtwohnfläche von 60.000 Quadratmetern und eine Wärmeversorgung mit regenerativer Energie. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich das bisher größte Bauprojekt des Neusser Bauvereins. Die Wohnungsbaugesellschaft will auf dem Augustinusgelände in Neuss ein ganzes Stadtviertel schaffen. Entstehen soll neben bezahlbaren Mietwohnungen, Eigentumswohnungen sowie Einfamilienhäusern auch ein eigenes Nahwärmenetz, finanziert durch Contracting. Diese Möglichkeit, eine Wärmeversorgung zu finanzieren, bietet laut Roland Gilges von German Contract gerade für große Projekte wie hier Neuss Vorteile. Wir sehen das Contracting als extrem wichtig für solche große Einheiten, weil wie Sie sich vorstellen können, hier sind ja sehr, sehr viele Mehrfamilienhäuser, die hier neu gebaut werden, in unterschiedlichster Form auch mit unterschiedlichsten Eigentümern. Wir haben hier teilweise Eigentumseinheiten, wir haben aber auch Mieteinheiten. Und die Frage stellt sich immer zum Schluss, wer möchte diese Heizzentrale beheizen beziehungsweise betreuen mit allem, was dazugehört. Wartung, Instandhaltung, Servicierung und sich darum kümmern. Ich glaube, man wird keinen Eigentümer finden, der das machen möchte, auch nicht vielleicht der Bauträger, der dann schon raus ist, weil er die Wohneinheiten verkauft hat. Insofern braucht es einen Profi, der gerade solche hochwertigen und komplexen Technologien betreut, um eben sicherzustellen, dass die Wärmeversorgung auch immer funktioniert. In dem neuen Heizraum gibt es noch einiges zu tun, doch wie komplex die neue Anlage einmal sein wird, lässt sich schon jetzt erahnen. Die Wärmeversorgung für das Quartier hat mehrerlei Säulen. Einmal die Säule der Biomasse mit 2x300 kW, das Ganze gefüttert mit einem Pelletbunker von Fassungsvermögen von 54 Tonnen. Für den Sommerbetrieb stehen zwei BHKWs im Endausbau zur Verfügung, die die Nahwärmeverluste und den geringen Schwachlastbereich mit 50-85 kW abdecken. Und am Ende gibt es eine Spitzennast-Kesselnanlage, wie auch letzten Endes die die Redundanzfunktion übernimmt von 1260 kW. Aus dieser Zentrale heraus werden im Prinzip direkter Umgebung die sechs Häuser von der Zentrale beschickt. Darüber hinaus gibt es ein Nahwärmevernetz von insgesamt fünf Kilometer Länge, einen dann Süd- und Nordnetz unterteilt. Und ja, das Netz wird aufgrund der Warmwasserbereitungsvorlauftemperaturen, wir benötigen zwischen 75-80 Grad Vorlauftemperatur und einer Spreizung von etwa 30 Kelvin betrieben. Die Planung einer Kombination aus verschiedenen Wärmeerzeugern und einem Nahwärmenetz mit insgesamt fünf Kilometern Länge erfordert neben dem nötigen Fachwissen auch einiges an Abstimmungsarbeit mit dem zukünftigen Betreiber. Hier ergeben sich für Roland Gilges klare Vorteile, wenn Planer und Fachhandwerker auf einen Betreiber mit Fachwissen treffen. Weil der Planer hat die Sicherheit mit unserem Planungsteam zusammenzuarbeiten und ich sage immer, wenn mehrere Augen fachgerecht drauf schauen, dann kommt auch immer das beste Ergebnis dabei heraus. Und darüber hinaus, der Fachhandwerker bekommt gleichzeitig diese Betreuung von uns mit an der Hand, sodass er auch während der Bauphase sowohl von unserem Planungsbüro als auch von unseren eigenen Ingenieuren betreut wird und das eine sehr kooperative, gute Zusammenarbeit ist. Weil definitiv, das sei auch gesagt an der Stelle, hier kommt es nicht darauf an, so billig wie möglich zu bauen, sondern so gut wie möglich. Und unterm Strich ist es viel wichtiger, dass das, was wir bauen, Qualität hat und langfristig auch gut betrieben wird und auch seine Funktion hält. Ja, die Zusammenarbeit zeichnet sich als sehr konstruktiv und vorbildlich ab. Wir haben sowohl technisch wie auch in der Wahl der hydraulischen Möglichkeiten relativ viel Spielraum. Es gibt eine konstruktive Auseinandersetzung über die verschiedenen Möglichkeiten, Dinge technisch anzugehen und zu lösen. Und von daher ist das eine sehr positive Zusammenarbeit. Auf dem Augustinusgelände werden schon in wenigen Wochen die ersten Bewohner ihre Neuwohnung beziehen. Auf uns müssen sie nur bis morgen warten. Da gibt es hier schon eine neue Marktsendung. Bis dahin, Ihnen alles gut.